Wie Sie Ihre Immobilie zum Höchstpreis verkaufen mit der High-Return-Off-Market-Strategy. Heute meihen wir Sie ein in die verborgene Welt der geheimen Off-Market-Real-Estate-Deals und Club-Deals, die nur wenige kennen. Dank unserer High-Return-Off-Market-Strategy garantieren Sie sich den Höchstpreis. Wenn Sie das Preispotenzial Ihrer Immobilie maximal ausschöpfen wollen, bleiben Sie dran und lernen Sie unsere langjährige bewährte High-Return-Off-Market-Strategy kennen. Herr Dario Bertha, ehemaliger Direktor bei UBS und Off-Market-Immobilien-Experte, beantwortet mit mir zusammen die häufigsten Fragen unserer internationalen Klienten. Erziele ich mit dem Verkauf meiner Immobilie Off-Market mehr als über den öffentlichen Markt? Also kann ich einen besseren Preis erzielen, wenn ich Off-Market gehe, als wenn ich über den öffentlichen Markt gehe? Ist das immer so? Ist das eine eisene Regel? Kann man das so stehen lassen im Raum oder muss man das relativieren? Also wir sind davon überzeugt, dass der Prozess erfolgsversprechender ist und man auch einen höheren Preis erzielt. Im Beispiel der Family Offices als Kundschaft, sie wollen eine exklusive Due Diligence machen. Das heisst, sie wollen nur Immobilien, die Off-Market angeboten werden. Sie interessieren sich nicht für Immobilien, die am Markt angeboten werden. Also Family Offices interessieren sich nur für Off-Market-Immobilien. Sehr interessant. Also Family Offices interessieren sich nur für Off-Market-Immobilien. Also was auf dem öffentlichen Markt abgeht, interessiert sie gar nicht. Korrekt. Daher sind wir auch überzeugt, dass ich deine Frage mit Ja beantworten kann. Weil ich die besseren potenziellen Käufer habe, gehe ich auch davon aus, dass ich einen sehr guten Preis erzielen werde. Und man hat die Gewissheit, dass die Immobilie nicht verbrannt wird. Also wenn man jetzt zu uns kommt als Anhaltsführer, zu Caputo & Partners oder zu Affinity oder zu Herrn Dario Bertha geht oder zu uns zusammenkommt und sagt, verkauft uns die Immobilie, kann man eben sicher sein, dass die Immobilie nicht verbrannt wird. Und man kann sicher sein, dass wir uns maximal bemühen werden, dass sie den Höchstpreis erzielen. Absolut. Absolut. Wie gesagt, eine Immobilie ist eine Art eines Kunstwerkes und jedes Kunstwerk wartet auf seinen richtigen Käufer, der auch den maximalen Preis dafür bereit ist zu bezahlen. Also wir haben hier eine ganz fokussierte, massgeschneiderte Dienstleistung. Wir haben einen Tailor-Made-Approach. Wir gehen Fall nach Fall verschieden vor und wählen Fall nach Fall eben auch die richtigen Adressaten aus. Seien nun das Family Offices, seien das institutionelle Anleger, also Investoren, seien das Banken, seien das Ultra-High-Network-Individuals oder wer auch immer. Wir kennen den Markt hier. Wir spielen hier in Zürich definitiv ein Heimspiel. Absolut. Jemand hat eine Gewerbeimmobilie und befasst sich eigentlich nicht mit Verkauf von Immobilien, weil es kommt nicht jeden Tag vor, dass er Immobilien verkauft. Er befindet sich jetzt in einer erbrechlichen Auseinandersetzung und er will die Immobilien, seine Gewerbeimmobilien verkaufen. Wie kann jemand sicher sein, was muss jemand machen, um mit seiner Gewerbeimmobilien Spitzenpreise, Höchstpreise zu erzielen? Wie muss er vorgehen? Step by Step. Die richtige, auf jeden Fall beginnt es bei der Mandatierung eines richtigen Partners, geht dann über die Erstellung des Blind-Profiles der Gewerbeimmobilie, das heisst, wo man die Eckdaten und die wichtigsten Kennzahlen formuliert, geht über weiter im dritten Prozess, dass die potenziellen Kunden, die wenigen, eine Offerte abgeben, ein LOI, ein nicht bindendes LOI. Meistens geht dann der Prozess weiter, dass man in einem nächsten Schritt nach der Due Diligence eine verbindliche Kaufofferte verlangt und dann am Schluss die klassische Abwicklung über Bezahlung und dann Änderung im Grundbuch und Eigentumsübertrag an den neuen Käufer. Sehr schön. Wie lange geht dieser Prozess im Schnitt jetzt nicht für eine Trophy-Real Estate-Objekt, sondern für eine ganz normale Gewerbeimmobilie, eine ganz normale Gewerbeimmobilie in der Schweiz, sagen wir mal von 20 Millionen wert. Wie lange geht so ein Prozess im Schnitt, also für eine relativ unkomplizierte Immobilie, also nicht Spezialthemen, für eine ganz normale Gewerbeimmobilie mit guten Mietern, mit langfristigen Verträgen, also mit langjährigen Mietverträgen? Wir rechnen im Schnitt zwischen zwei Monaten und vier Monaten für eine normale Gewerbeimmobilie. Was sehr schnell ist, zwischen zwei und vier Monaten, sehr schnell. Wo wir auch daran interessiert sind, vielleicht kurz, ist es, wenn es so will, dass wir verschiedene Gewerbeimmobilien im Portfolio haben, haben wir auch schon diese Gewerbeimmobilien von verschiedenen Besitzern gebündelt und dann als Portfolio verkauft. Und durch den Portfolioverkauf, durch die Größe, kann man zum Teil noch höhere Verkaufspreise erzielen. Ja, zum Teil können Gewerbeimmobilien geografisch gut zusammenpassen oder vom Transaktionsvolumen oder von den Vermietern, obwohl sie verschiedenen Besitzern gehören. Und dann kann man ein Portfolio schnüren und durch diese Portfoliobildung kann man noch einen wesentlich höheren Preis erzielen, weil halt vornehmlich auch große institutionelle Kunden, ich denke dann da an gewisse Häuser aus Amerika oder aus China, Immobilientransaktionen erst ab einem Volumen von 150 Millionen Schweizer Franken anschauen. Und bereit sind sehr, sehr hohe Preise zu bezahlen, weil diese Immobilien dann meistens in gewissen Gefässen unterkommen, wie ihre Immobilienfonds, die meistens im Milliardenbereich angesiedelt sind. Also vielfach haben wir beobachten können, dass ein Schweizer Besitzer einer Gewerbeimmobilie durch Käufer aus Übersee, von Käufer auf den arabischen Raum, durch internationale Interessenten einen viel höheren Preis erzielt hat, als hier auf dem Domestikmarkt. Kann man das so sagen? Absolut. Natürlich sind auch die, vielleicht kannst du dazu was sagen, die ausländischen Kunden sind ja gezwungen, sich auf den Gewerbeimmobilienmarkt zu konzentrieren. Die ausländischen Kunden dürfen nach Schweizer Gesetz nur Gewerbeimmobilien kaufen. Sie dürfen von Gesetzes wegen keine Wohnimmobilien kaufen. Sie dürfen für sich selber nur Gewerbeimmobilien kaufen. Das heisst, wenn wir arabische Investoren haben oder chinesische Investoren, können wir diesen Investoren ausschliesslich Gewerbeimmobilien anbieten. Und das wissen Sie, das wissen Sie. Wir hatten in letzter Zeit eine Tendenz der letzten Woche, viele Anfragen von türkischen Family Offices, die eben Ausschau halten nach attraktiven Investments in Gewerbeimmobilien. Also wenn Sie eine Gewerbeimmobilie haben sollten und diese verkaufen möchten, dann können Sie sicher sein, wir haben dafür die richtigen Kontakte und wir haben dafür den richtigen solventen, potenziellen Käufer für Sie. Absolut. Wenn Sie Fragen haben, ich lade Sie ein, die Fragen unten in der Comment-Section aufzuführen. Wir beantworten jede Frage. Wenn Sie mit Ihrer Immobilie kein Geld verschenken möchten und den Höchstpreis erzielen wollen, dann helfen wir Ihnen gerne beim Off-Market-Verkauf. Family Offices kaufen fast nur Off-Market. Aus über 200 auserwählten Family Offices suchen wir diejenigen aus, die zu Ihrem Objekt massgeschneidert passen. Nur damit garantieren Sie sich eine reibungslose Abwicklung mit internationalen solventen Käufern. Für eine direkte Kontaktaufnahme mit mir, wählen Sie die 0041442124404 oder kontaktieren Sie mich über meine E-Mail-Adresse. Zurzeit haben wir historische Rekordpreise, die durch die Decke gehen. Sollten Sie ein ernsthaftes Interesse haben zu verkaufen, zögern Sie nicht zu lange. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.